Am Dienstag wird der deutsche Bundeskanzler nach Israel reisen zu einem Solidaritätsbesuch. Fast alle politischen Kräfte in Deutschland haben Sympathie-Kundgebungen für die Terrorakte der radikal-islamischen Hamas verurteilt. Aber es gibt eben dennoch solche Bekundungen, wie etwa am Sonntag in Berlin. Der Verfassungsschutz möchte deshalb, dass die Bundesregierung das geplante Betätigungsverbot für die Hamas und den palästinensischen Unterstützungsverein Samidun schnell umsetzt. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sagte bei einer öffentlichen Anhörung der deutschen Geheimdienstchefs im Bundestag am Montag, es gebe darüber hinaus eine ganze Palette radikaler Gruppen, die sich pro Hamas äußerten. Für jüdische Einrichtungen in Deutschland hat Haldenwang derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung, aber er sieht eine hohe abstrakte Gefährdung. Und da möchte ich nachfragen in unserem Hauptstadtstudio bei Benjamin Alvarez Gruber. Was bedeuten diese Einschätzungen für Jüdinnen und Juden in Deutschland? Der Verfassungsschutz in Deutschland warnt nicht erst kürzlich von den Gefahren, die von den zunehmenden antisemitischen Aktivitäten ausgehen. Der Präsident des Verfassungsschutzes hat dies heute nochmal bekräftigt. Im Bundestag er zeigte all diejenigen die vollständige Ablehnung und ich zitiere, die nicht erkennen wollen, wohin Antisemitismus und Israelfeindlichkeit in letzter Konsequenz führen können, zu Menschenverachtung, Mord und Totschlag. Er hat auf den rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 im Oktober erinnert. Und er meinte auch in seinem Eingangsstatement, dass die Ereignisse in der Ost auch hier stark emotionalisieren. Er ist darauf eingegangen, er hat von empörenden Szenen in der Öffentlichkeit gesprochen, die Nachrichtendienste schon länger beobachten, was man jetzt auch in der Öffentlichkeit sieht. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz wolle das von der Regierung angekündigte Betätigungsverbot gegen die radikal-islamische Hamas und das Verbot des pro-palästinensischen Netzwerks Samidou jetzt rasch und entschlossen auch durchsetzen. Und bei einem anderen Interview, was er heute gegeben hat, also nicht bei dieser Befragung im Bundestag, hat er auch gesagt, dass iranische Geheimdienste nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes gezielt jüdische Einrichtungen in Deutschland ausspähen. Denn laut ihm geschehe das aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem Hintergrund, dass man auch plane, in bestimmten Situationen dann auch gegen diese Einrichtung oder Person vorzugehen. Die Aktivitäten seien Teil einer erhöhten abstrakten Gefahr, von der auszugehen sei. Es gibt noch eine andere beunruhigende Einschätzung, dass nämlich die Einstiegsschwelle in den Rechtsextremismus in Deutschland gesunken sei. Welches Bild zeichnet der Verfassungsschutz da? Absolut. Der Verfassungsschutz meint, dass diese Einstiegsschwelle in den Extremismus gefährlich abgeflacht ist. Also, dass es deutlich einfacher ist, da auch hineinzukommen. Und dies werde von diversen Akteuren getragen. Er hat mehrere Beispiele genannt. Eine davon, die rechtsextremistische Partei Freie Sachsen. Es gibt diverse Vereine oder auch Vertreter der neuen Rechten, aber auch andere Akteure, wie die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, nehme als Bindeglied der neuen Rechten, so heißt es, aber einen maßgeblichen Stellenwert ein. Es ist nicht nur die Einstiegsschwelle in den Rechtsextremismus, die dem Verfassungsschutz hierbei Sorge bereitet, sondern auch die anhaltende hohe Gewaltbereitschaft, die den Behörden Sorge macht. Er ging dabei auf die sogenannten Reichsbürger ein, auf den Waffenzugängen, also wie einfach solche Gruppierungen dann auch zu Waffen kommen können. Und immer hören wir ja von solchen Gruppierungen meistens dann aber eher, wenn diese verboten werden. In den letzten Monaten gab es ja immer wieder Razzias, zum Beispiel bei den sogenannten Hammerskins Deutschland, bei der Völkischen Artgemeinschaft. Das waren ja auch Organisationen, die versucht haben, den Zugang zu Kindern und zu Jugendlichen auch zu bekommen und sie dadurch auch in dieses rechtsextreme Gedankengut, denen das näher zu bringen. Und das haben wir heute auch ganz klar gehört, nicht nur von dem Präsidenten dieser Institution, auch vom Bundesnachrichtendienst. Dass es eine sehr abstrakte Gefahrenlage ist, von der auszugehen sei, aber dass viele Sachen, die diese Organisation schon länger beobachten in Deutschland, wo sie schon länger dran sind, die auch öffentlich jetzt auf den Straßen zu sehen sind, weil gesagt wird, die Ereignisse in Nahost tatsächlich auch so stark emotionalisieren, dass wir die auf den Straßen von Großstädten hier in Deutschland sehen. Danke fürs Einordnen. Benjamin Alvarez-Gruppe. Vielen Dank.